Hallo, ich bin Ricarda, die neue Projektkoordinatorin fürs Praktikum im Norden. Ende dieser Woche geht es für mich los nach Schweden, diesmal aber in neuer Rolle, nicht 2016 als Praktikantin, sondern eben als Projektkoordinatorin. Dieses Mal habe ich die Aufgabe, die Praktikanten zu betreuen und zu begleiten. Ich freue mich schon riesig auf die neue Herausforderung, die da auf mich wartet. Und Schweden ist einfach, es ist eigentlich wie zurückkommen. Eine Heimat habe ich damals schon gefunden und dieses Mal kann ich sie wieder neu aufleben lassen.